Neue Unternehmensstrategie. Das neue Deutsche Bank-Führungs-Duo Anshu Jain und Jürgen Fitschen haben heute in Frankfurt ihre künftigen Sparpläne vorgestellt. Um auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben, will der DAX-Konzern demnach seine Kosten bis 2015 jährlich um 4,5 Milliarden Euro senken. Neben Kürzungen bei den Bonuszahlungen für die Manager soll das Ziel unter anderem durch den Verkauf von rund 40 Gebäuden erreicht werden. Etwa 1,7 Milliarden Euro der geplanten Einsparungen sollen dabei auf die Infrastruktur entfallen. Hierbei plant man mit Investitionen in neue IT-Plattformen, eine Neuordnung der Geschäftsabwicklung sowie eine Zentralisierung des Einkaufs.